Wir wollen unsere E-Kop-Kommunale tanzen und hier hätten wir gerne ein Skippy-Jump-Reihe für uns kein Pop-Up-Barm verbunden mit einem Drop. Seht sich so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7 nach 1, 2, 3, 4. Was passiert im Wesentlichen? Ich gehe mal einen Trippelschritt vorwärts und will jetzt wieder rückwärts gehen. Verhindere, dass sie rückwärts trippelt, indem ich mich aufstelle und ein bisschen schräg lehne. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen viel, wird dann später weniger. Und dann verdränge ich das hintere Bein durch das Vorderbein, indem ich meinen Körper wieder nach vorne bringe. Da beschwingt das Bein nach hinten. Das ist schwer, nicht stehen zu bleiben. Dann bringe ich meinen Körper wieder in eine aufrechte Position und in eine tiefe Position. Das ist der Drop. Halte die 8 und dann wieder 1, 2, 3 und 4. Dann kann sich weiter. Nochmal am letzten Satz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7 nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7 nach 1, 2, 3 und die Bombe. Bis zum nächsten Mal.